hallo liebe eltern und ein liebes hallo an alle freunde des schuh wie du youtube kanals auch heute wieder ein schönes thema und zwar ein thema zu einem wort nämlich passform was ist das was bedeutet das wozu ist passform gut wer es einfach wissen will der bleibt dran weil es gibt viel dazu zu erzählen und ich denke mal so das eine oder andere ha aha erlebnis wird der eine oder andere erwachsene hier heute mitnehmen können weil man sollte passform wirklich nicht unterschätzen und da machen wir auch gleich mal weiter ich hätte da schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar wie jeder schon mal so auf dem ersten blick sehen kann fünf tolle schuhe fünf tolle modelle die so in einem einheitlichen design gehalten sind halb offen stoßkappe fersenpolster weiche flexible sohle lederausstattung und wie der eine oder andere vielleicht sogar schon auf dem ersten blick feststellen kann sieht man wir haben es auch hier mit unterschiedlichen passformen zu tun das bedeutet immer die passform ist sozusagen der sitz des schuhs am fuß und wir möchten im fachgeschäft immer eine gut oder bestmögliche passform erreichen heißt ja nicht umsonst wir wollen dass es passt weil nur dann laufe ich mit einem schuh auch besonders gut und besonders gerne schuhe die nicht passen glauben sie mir da hat bestimmt keiner groß bock da stundenlange spaziergänge damit zu machen und da schließe ich die kleinen wie auch die großen nicht davon aus auch wir kaufen uns schuhe die passen und bei den kindern ist es eben halt nur die schwierigkeit kinder können sich nicht so artikulieren wie wir erwachsenen sie erfassen nicht so die wesentlichen details oder geben sie in ganz anderer art und weise wieder aber die passform ist wirklich der schuh am fuß wie er sitzt wie er anliegt welchen komfort er bietet und was im großen und ganzen die 10 freiheit mit einschließt nun nehme ich mal wieder mein modell füßchen platziere das mal hier in der mitte und da würde man wahrscheinlich auch schon unschwer erkennen dass ich solche modelle wie auf dieser seite stehen für diesen fuß gar nicht probieren brauche weil der halt sehr schön strahlenförmig vorne auseinander geht ich brauche eine gewisse breite im vorderfuß und das bietet halt nicht jeder schuhe an und trotzdem ist es wieder erstaunlich dass wir sehr oft solche schuhe an solchen füßen sehen warum ganz einfach man kauft schuhe im internet ohne beratung oder generell ohne beratung man bekommt schuhe geschenkt oder anderweitig überlassen und demzufolge weiß ich ja dann immer nicht man nimmt es immer nur an dieser schuh könnte passen nun sage ich ja immer wieder dass man also da das einfachste mittel machen kann nämlich wie bei den meisten schuhen guten kinderschuhen und kinderschuh lieferanten produzieren alle schuhe bis auf die sandalen und die hausschuhe wo eine herausnehmbare insole da vertreten ist so das heißt das einfachste um eine gute passform herauszufinden bedeutet schon mal ich nehme den fuß und teste das dann sozusagen ab so hier habe ich bewusst auch mal einen zu großes modell genommen weil man sieht hier bin ich also praktisch mit über daumen breite platz viel zu viel für ein kleines kind in dem alter hier würde ich vielleicht sagen wir haben es mit einem anderthalb jährigen kind zu tun knappes ein bis anderthalb jahre im höchstfall so ähnliches modell gleiche ausführung und schon sieht das ganze etwas anders aus weil auch hier wir haben es ja immer wieder und darauf haben wir auch schon mal in einem video darauf aufmerksam gemacht es gibt die schuhe auch wenn sie mit einer gleichen größen auszeichnung ausgezeichnet sind mit verschiedenen innenlängen das heißt sie haben im grunde genommen als endverbraucher als elternteil nicht so sehr die große richtlinie wenn ich eine 23 nehme wie fällt die dann aus weil ich sag's mal sozusagen das was ich hier alles dastehen habe sind alles schuhe in größe 23 und trotzdem siehe da habe ich jetzt hier einen größenunterschied von auch noch mal sechs millimetern auch das gehört mit zur passform dass ich genügend platz nach vorne habe wenn ich jetzt schuhe kaufe wo der fuß schon sozusagen vorne ist dann habe ich natürlich keine lange tragezeit und dann kann ich auch keine optimale passform erwarten man sagt ja auch immer kleiner finger bis im höchsten fall zeigefinger breite aber niemals daumen breite als abstandshalterung oder als abmaß für den zehenfreiraum zu wählen Passform bedeutet auch in dem sinne wie sitzt der fuß gerade im fessel bereich fessel bereich ist immer der da wo das gelenk dann ist also hier was man hier so sieht hier haben wir also ein kleines speck füßchen noch da muss ich also auch aufpassen dass der der fuß schön eingebettet ist aber dass es nicht zu weit ist weil durch das hinein und raus rutschen aus dem schuh weitet sich der schaft hier oben ja sowieso noch und das schlimmste ist dann so in dem falle wenn ich dann an den seiten der fuß steckt drinnen und ich kann hier an den seiten zum beispiel mit dem finger hinein bohren oder sehe im schlimmsten fall sogar noch einen freiraum Freiraum bedeutet jetzt nicht ich sage mal ein oder zwei millimeter abstand sondern alles das was größer ist weil ein bisschen bewegungsfreiheit braucht ihr das gelenk das dürfte jeden ein leuchten also passform ist wichtig weil ein schuh ohne passform sitzt niemals richtig am fuß er reibt und drückt gegebenenfalls an den unmöglichsten stellen und wird niemals zu einem laufvermögen führen deswegen achtet bitte auf eine ordentliche passform bei den schuhen guckt euch das ein bisschen genauer an gerade wenn ein kind läuft wenn es den anzieht und bitte 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 niemals die größe im sitzen überprüfen auch das sehen wir leider immer noch viel 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 zu oft dass kaum ist der schuh am fuß des kind sitzt noch wird hier vorne sozusagen herumgedrückt um zu sehen wie viel freiraum noch ist wir brauchen freiraum zum platz nicht zum platzen platzen tut man anders zum stehen zum laufen zum bewegen und das machen wir immer alles aufrecht das heißt also wenn ich hier im sitzen kontrolliere habe ich ja gar nicht den einblick wie viel platz nimmt dann zum beispiel das körpergewicht noch mit in anspruch weil die drückt mit oder das drückt dann nämlich noch den fuß mit nach unten also auch das gehört zur passform mit dazu die innenlänge die weite und die ausführung an sich spielt also alles in die passform mit rein und darauf werden sozusagen kinderschuh tanden geschult die suchen ihnen oder beraten sie die diesbezüglich bei der auswahl der kinderschuhe natürlich immer zum fuß passend deswegen schauen wir uns auch gerne die füße an lassen uns auch gerne mal ich sag mal mit hilfsmitteln zeigen aber eine größen angabe bei einer größe ich sag mal größe 23 ist für uns als mündliche angabe immer nicht so ganz hilfreich so damit denke ich schon mal habe ich wieder fragen beantwortet weil die frage nach einer passform bestand in der letzten zeit sehr häufig was ist das das habe ich euch jetzt erklärt wie gesagt warum es die unterschiedlichen passformen gibt erklärt sich auch ganz einfach weil natürlich jeder lieferant hat ja sozusagen ein ideal maß des kinderfußes vor augen bei dem einen ist es mehr der schlankere fuß bei dem anderen ist es eher der mittelbreite fuß und bei dem anderen ist es eben halt wirklich der breitere fuß und die kinderfüße unterscheiden sich wirklich extrem und deswegen werde ich natürlich niemals an einen schlanken fuß so ein modell empfehlen oder an einen breiten fuß so ein modell egal wie es auch der mama gefallen würde würde bei mir außen vor fallen und ich würde es natürlich auch der mama dann dementsprechend mit erklären kleine anregung zum nachdenken zum überprüfen vielleicht der bestehenden schuhauswahl zu hause und dann gerne bis zum nächsten thema und für unsere abonnenten wieder ein liebes danke fürs zuschauen schuhauswahl schuhauswahl